Hallo meine Lieben, und zwar habe ich eine Bestellung bekommen und zwar unsere Autoteile sind da. Ich freue mich, dann kann mein Mann loslegen zu schrauben. Hier ist dieser neue Luftfilter. Das ist der Ölfilter, der kam. Das sind diese neuen Schrauben für den Zylinder. Ja, und dann halt eben die ganzen Dichtungen, die alle so weit gefehlt haben. Alles bestellt. Und das hier ist scheinbar die neue Zylinderkopf-Dingsbums-Dichtung da. Also, es ist wie gesagt alles da. Mein Mann fängt gleich an zu schrauben. Und, ja, ich mache wie gesagt einen Termin aus zum Auto anmelden dann. Sobald Auto zusammengebaut ist, funktioniert, alles repariert ist, tue ich dann unser Auto anmelden. Und dann können wir wieder losdüsen. Ich freue mich, wenn euch mein Video hier gefallen hat, würde ich mich mega über ein Däumchen nach oben freuen. Däumchen ist ein Räumchen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Tschaui!